Die schaut aus wie eine alte Schachtel. Mit der Stimme da, da kann sie auch sich in so einem Beinköbeln und sich bewärmen als Verrealkreis zurück. Super Jungs! Ja vom Parkplatz hab ich runter gedreht. Geiler hat was gewährt. Das war die Entführung des Jahrhunderts. Wirtl, du bist der Beste! Ja, ja und ey! Naja, du bist auch gut. Schiffe, Schiffe, aber Angst hab ich nicht. Hab ich schlecht, ein gutes Kurs, gell? Weißt du, wir haben die Einkaufsdagen ins Auto in den Dauhof, ja? Da hab ich ein Arzt besser gegeben. Da ist ich nur so eingeflutscht. Da ist die Baustage auf. Und ich hab mich gleich in das Neinköbel gesetzt. Aber ein Bärd hat sie sich. Ich hab sie mit dem Beinkl und Klebeln. Und da baut sie mit Bösen. Der ist wie das Bratl. Der kauft halt mir die Hifflotte. Ja, und wo ist das Auto? Ich hab sie nicht schocken gestellt. Es ist ein Bentley, aber der lässt sich gleich verkaufen. Na, stimmt. So, Puppa! Schau mal! Was ist das? Was soll heißen? Was ist das? Das ist ja immer noch eine alte Schachtel. Ja, wer ist die alte? Das ist ein bisschen mein Kleinfeld. Scheiße, ihr habt euch die Falsche gegriffen. Seid bald gibt's Geld für Omas. Also echt bin ich nur mit dem Auto gefahren. Du hast gesagt, eine Frau mit geilen Manteln und komischen Hurt. Und sie zum geilen Manteln und komischen Hurt hat sie dann ein. Versuch mal für Hut und Mantel Ösegeld zu begonnen. Für den Rest kannst du nix kaufen. Ich hab das da, was du dir angeschaffen hast. Ja, und endlich nur mit dem Auto gefahren. Hab ich mir gesagt, eine scharfe Plotinette? Eine Sexpumpe! Sie kurzen wie Madonna! Wie hat die Sonne geblättert? Ich hab die Sonne geblättert und jetzt auch noch ein Geschirr. Was soll man mit dir wachen? Ich weiß nicht einmal, wer die ist. Vielleicht hat sie einen Mann, der wieder Geld hat. Soll ich wie die ist? Die ist sicher Witwe. Ich hab das gerade, was du auch geschafft hast. Ich hab das gerade beim Autokal stecken. Das war ein Mann, der mit mir sagt, du sollst doch Ferrari besorgen. Kommst mit so einem Scheibdruck hinterher. Nicht einmal an Crabtnacken kannst duiente Partner? Jetzt ist es ein Sexformen, der ist ja nicht einmal ein Trazpatronin. Du! Die! 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 Aber du! Jetzt geht der, ist weiter laus! Doch, wir sind smart! Nein, 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 nein! Wenn du denkst, kommst du aber durch, dann kommt sie einfach weg! Nichts, du, siehst du! Nichts, du, siehst du! Wir wollen die Räume nicht!